Vincent Keimer und die N-Fragen. Hier ist neulich ein Beitrag auf unserer Seite. Und auf die N-Fragen möchte ich heute hinaus. Von denen gibt es nämlich vier im deutschen Schach. Und durch die wollen wir mal kurz durchgehen. Da ist natürlich einmal ganz zuvor, dass die Frage nach Akadinaidic, ein deutscher Staatsbürger, der vor fünf Jahren zum aserbaidschanischen Verband gewechselt ist. Das geht beim Schach, wenn man seinen Wohnsitz woanders hat. Der hat ein super Angebot bekommen, ist da hingegangen. Jetzt ist sein Vertrag mit Aserbaidschan ausgelaufen. Jetzt will der deutsche Akadinaidic wieder unter deutscher Flagge spielen. Der deutsche Verband sagt, nö, wir wollen dich nicht. Das ist die eine Endfrage, die nach Akadinaidic. Dann gibt es ja die Frage nach dem Neuanfang. Im deutschen Leistungssport ist unheimlich viel zerbrochen. Da ist erstmal ein Streit mit dem Nationalspieler Georg Mayer ausgebrochen, den die Nationalspielerin Elisabeth Pätz öffentlich beleidigt hat auf Twitter und auf der Playchase-Plattform. Georg hat dafür Konsequenzen gefordert, die sind nicht gezogen worden. Und dann ging es immer weiter. Dann wurde der Leistungssportverantwortliche schleichend entmachtet und schließlich geschasst. Dann wurde der Frauentrainer im Leistungssport rausgeekelt. Das kann man wirklich nicht anders nennen. Letztlich musste dann der Nationaltrainer, der Bundestrainer gehen, nachdem es zu einem Aufstand der Nationalspieler gekommen war. Missmanagement ohne Ende, keinerlei Verlässlichkeit und auch nichts Zielführendes. Bis sie dann vielleicht aufgewacht sind, keine Ahnung. Jetzt sagen sie jedenfalls Neuanfang. Ob sie Neuanfang machen, ist noch offen. Das ist halt eine der N-Fragen, die nach dem Neuanfang. Es gibt noch eine N-Frage, nämlich die nach Livio Dieter Nisi Piano. Der spielt seit sieben Jahren für Deutschland. Und es hat sich jetzt herausgestellt, der ist weder Staatsbürger noch lebt er in Deutschland. Den Regeln nach dürfte der gar nicht für Deutschland spielen. Das Ding ist nur, alle haben ihn gern. Und er bringt gute Leistungen. Und er hat schon eine deutsche Mutter und insofern auch eine gewisse Verbindung. Außerdem tickt seine Uhr. Und jetzt, sieben Jahre später, stellt sich da die N-Frage oder nicht? Die Nationalmannschaft, der Neidic, der Neuanfang, der Nisi Piano. Einer, der zu all diesen Fragen eine Meinung hat, ist der, der hier sitzt, Georg Mayer. Und mit dem haben wir jetzt ein Interview online. Georg Mayer ist auch auf, wer ihm auf Twitter nicht folgt, möchte das vielleicht ändern, auf Twitter immer präsent. Und Georg Mayer lässt sich zu all diesen Dingen ein. Und neben den vier N-Fragen geht es auch um die U-Frage. Denn Georg Mayer, nachdem er sich in dem Fall Pads, der mittlerweile über ein halbes Jahr her ist, vorgeführt fühlte, nachdem er sich erst beleidigen musste und ihm dann niemand zur Seite sprang, im Gegensatz, Elisabeth konnte immer weitermachen, hat er gesagt, okay, ich tue mir das nicht mehr an, ich gehe nach Uruguay. Der war sogar bereit, einen Teil der Wechselgebühr an die 4.000 Euro selbst dafür zu bezahlen, aber es wäre noch mehr fällig gewesen. Das wollte der Deutsche Schachbund dem Uruguayischen nicht erlassen. Und so war das in der Schwebe. Aber nun gibt es neue Regeln. Und Ende dieses Jahres wäre Georg Mayer frei und könnte für 50 Euro oder so wechseln. Ich habe ihn gefragt, ob er das möchte. Und er sagte, die Tendenz ist ja. Ich will mir hier nicht die Freude am Schach kaputt machen lassen. Was ihm hier die Freude am Schach kaputt macht und was er so über all das denkt, was hier vorgeht und nicht vorgeht, darüber hat er sich ausführlich eingelassen. Und wer das lesen möchte, der findet den Link zu diesem Interview mit Georg Mayer in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen.